Willkommen, liebe Zuschauer. Wir blicken an dieser Stelle mal wieder in den neuen Aktionär zusammen mit Martin Weiß. Hallo. Da sind wir hinter uns auch schon wieder, finde ich, schönes Cover geworden, die Geschichte. Absolut. Auch einen Tag früher, jetzt schon erhältlich, Donnerstag. Morgen ist ja Feiertag. Da wird es schwer, noch schwerer als jetzt schon in den aktuellen Zeiten, sich den im Handel zu besorgen. Deswegen schon Donnerstag. Habt ihr das Ganze fertiggestellt, beziehungsweise wurde ja schon vorher fertiggestellt. Jetzt gibt es ihn. Was sind denn, gehen wir auf die Siedelstory ein und was geht es da genau? Also letztendlich geht es um die Frage, die uns ja seit Wochen bereits umtreibt. Die Aktienmärkte sind massiv ins Rutschen geraten wegen Corona und letztendlich ist es ja immer unsere Aufgabe auch festzustellen, was fangen wir mit diesen Informationen an, was fangen wir mit diesen Entwicklungen an, bei welchen Aktien kann man zugreifen, sollte man zugreifen, wenn sie zu stark nach unten gelaufen sind, von welchen Aktien sollte man unter Umständen natürlich auch die Finger lassen. Aus Sicht unserer Leser muss man natürlich noch dazu sagen, sie haben auch viele Werte im Depot, die Dividenden ausschütten und viele Leute sind ja auch tatsächlich durchaus darauf angewiesen, dieses passive Einkommen über das Jahr hinweg mitzunehmen und zu erzielen und für die wird es natürlich gerade jetzt wichtig werden, Mensch, welche Unternehmen zahlen eigentlich noch Dividende? Wer ist stabil als stabil einzuschätzen? Wer hat vielleicht gesagt, okay, Dividende dieses Jahr nicht, nächstes Jahr nicht? Gibt es ja auch durchaus die eine oder andere Firma, die sich hier bereits geäußert hat. Es gab, und das ist der dritte Teil eigentlich, es geht ja nicht nur um Qualität und es geht nicht nur um Dividende, es geht ja auch um die Aktien, die als Themenaktien gehandelt wurden in den letzten Wochen, die also in irgendeiner Art und Weise von dem Thema Corona profitiert haben. Beispielsweise E-Commerce, hier eine HelloFresh oder CTS-Evente, die enorm gelitten haben, weil es ja praktisch keine Konzerte mehr gibt, also überhaupt gar keine Veranstaltungen mehr gibt. Wir können mal gucken, was noch alles im Aktionär ist, neben der Titelstory, so kurz antiesen zumindest, ein paar Sachen sehen wir ja auch noch auf der Titelstory. Schaut auf windeln.de, ist glaube ich der Hotstock. Ja, das ist auch sicherlich eine sehr interessante Geschichte, ganz einfach, weil sie ein sehr starkes Geschäft und einen sehr starken Fokus auf China legen und dort natürlich momentan profitieren. Wir hatten noch mit dabei, das spiegelt jetzt gerade ein wenig, Online-Games. Tencent haben wir mit dabei, einer der größten Gewinne überhaupt in den vergangenen Wochen und Monaten. Die Download-Zahlen sind regelrecht explodiert bei den Online-Games, weil so viele Leute daheim sitzen und ganz einfach versuchen, sich hier irgendwie Unterhaltung ein bisschen, ja, die Langeweile zu vertreiben. Und fernab von Corona auch ein Thema. Ja, fernab von Corona haben wir auch einen handfesten Skandal. Lacken Coffee, eine der Firmen, die eigentlich in den vergangenen Monaten sehr populär geworden sind, auch an den Börsen sehr populär geworden sind, durch hohe Wachstumsraten. Zunächst einmal die Anleger überzeugt haben und für Aufsehen auch letztendlich gesorgt haben. Die haben jetzt für Aufsehen gesorgt, indem sie gesagt haben, die Zahlen sind manipuliert. Einer aus dem Top-Management zusammen mit einigen Mitarbeitern hat hier offensichtlich die Bilanzen gefälscht und die Aktie daraufhin um 80 Prozent im Wert eingebrochen. Ganz allgemein noch, unabhängig von der Story vom neuen Heft, der Markt hat sich in der Woche deutlich erholt. Also Montag, Dienstag sowieso. Gestern war leichte Verluste. Wie schätzt du das ein? Haben wir das im Tief schon gesehen? Nein, ja. Das ist jede Aussage, die wir dahin treffen, ob wir die Tiefs gesehen haben, wie es jetzt weitergehen könnte, ist problematisch. Ganz einfach deshalb erstens die Schwankungsbreite, auch wenn sie nachgelassen hat, ist trotzdem noch historisch gesehen enorm hoch. Zum Zweiten, wenn wir uns die vergangenen Tage anschauen, auf was wurde denn positiv reagiert? Auf die Hoffnung darauf oder auf einige Meldungen aus einigen Ländern, dass offensichtlich die Dynamik bei den Neuinfektionszahlen und bei den Todesfällen nachgelassen hat. Wenn ich dieser Logik folge, wäre eigentlich ja dann in den kommenden Wochen, weil das ja vermutlich weiter abnehmen wird, müssten wir mal direkt neue Hochs machen. Ist das wahrscheinlich? Nein, weil wir das Problem noch immer vor der Brust haben, wenn wir mit der Panik da draußen in der Öffentlichkeit und den Ausgangsbeschränkungen und der Unsicherheit fertig sind, dann werden uns die wirtschaftlichen Folgen beschäftigen. Es gibt Millionen Arbeitslose. Wir werden auch in Deutschland einen deutlichen Anstieg bei den Arbeitslosenzahlen sehen. Experten schätzen etwa sechs Prozent. Sie rechnen mit einem massiven Einbruch der Wirtschaftsleistung über das Jahr gerechnet von bis zu fünf Prozent. Beide Werte erscheinen mir sogar noch ein bisschen optimistisch. Aber sei es drum. Ich glaube, momentan geht es wirklich kühlen Kopf behalten, nicht in diesen Panikmodus verfallen. Wir freuen uns natürlich, wenn die Märkte steigen. Aber ich will einfach nur nicht dieser Argumentation folgen. Es wird weiterhin wichtig sein, wirklich am Markt nah dran zu bleiben, zu schauen, wie entwickeln sich die Unternehmen, wenn sie Zahlen rausgeben, diese Zahlen auch einordnen zu können und dann tatsächlich anhand dieser Daten Entscheidungen zu treffen. Und wir bleiben natürlich nah am Markt. Aber jetzt gönnen wir uns erstmal eine viertägige Auszeit. Der Markt gönnt sich dir auch. Und nächste Woche melden wir uns zurück. Danke für den Einblick in den neuen Aktionär. Gerne. Schönen Ostern dir und schönen Ostern natürlich auch Ihnen. Bis nächste Woche. Froß, als Tschüss.